Danke. Sehr schnell gearbeitet, die Jungs. Hier ist die Antwort von Scotland Yard. Und? Bis vor 14 Tagen saßen zwei Gefangene in Zelle 214 in Dartmoor ein. Der eine, Ray Milton, das ist einer der ermordeten Gangster. Der andere ist Rick Trevor, ein Spezialist für Alarmanlagen. Ja, genau. Kennen Sie ihn, Phil? Rick Trevor ist kein gewöhnlicher Gangster. Er ist der beste Mann, wenn es darum geht, Alarmanlagen auszuschalten. Und dazu gehören Nerven aus Stahl. Und die hat der Junge. Das könnte unser Mann sein. Geben Sie sofort an Scotland Yard durch. Wir bitten, diesen Trevor von morgen an zu beschatten. Jede Bewegung muss uns gemeldet werden. Jeder Brief, den er empfängt. Jedes Telefongespräch. Vorhänge zu. Meine Herren, alle Einzelheiten über Trevor gehen heute vom Yard an uns ab. So. Scotland Yard sagt auch, seine Freunde werden ihn wohl ohne Bart kaum wiedererkennen. Tja, man müsste eigentlich nicht... Ich hätte jemanden, dem ich's zutrauen würde. Aber bedenken Sie, Sir, Rick Trevor ist nicht irgendein Geldschrankknacker. Er ist einer der raffiniertesten Spezialisten für elektronische Anlagen aller Fabrikate.